Hallo und Willkommen bei Whisky Rater. So, ich habe hier heute einen ganz spannenden Whisky auf dem Tisch, der irgendwie unter dem Radar fliegt. Ich habe eine Vermutung, woran es liegt, aber das gucken wir uns später an. Jetzt möchte ich euch den Whisky erstmal vorstellen und euch erklären, warum ich den Whisky überhaupt total spannend finde. Was haben wir heute? Wir haben heute von Santori den World Whisky Aoa. Ne, A-O, gar nicht A-O, A-O. World Whisky A-O. Ja, hier steht drauf, A Japanese Crafted Blend of Irish, Scotch, American, Canadian and Japanese Whisky. Abgefüllt mit 43%, 700ml. Ja, ein World Blend. Und es steht drauf, was für Whiskys drin sind, aus welchen Ländern. Und es steht sogar noch, oder es ist noch deutlich mehr bekannt, ich weiß gar nicht, ob es hinten drauf steht. Hinten steht es, glaube ich, nicht drauf. Aber in den Shops steht es drauf. Von daher weiß man sogar genauer, was drin ist. Wie gesagt, 43% Alkohol ist jetzt leider nicht die Masse, aber mal schauen. Ähm, so, was ist drin? Es ist drin. Ähm, rauchiger Singer Malt aus der Art Modestillery, sowie Glen Geary, Whisky. Wir haben Whisky aus der irischen Kuli-Brennerei, von Jim Beam aus Amerika, von, ähm, der Alberta Distillery aus Kanada und aus Japan, Yamazaki und Hakushu Whisky. Also, alles samt sehr bekannte Namen, sehr interessante Namen und ich bin jetzt sehr gespannt, ähm, wie der Whisky schmeckt, wenn ich ihn dann aufkriege. Ich habe die Anbruchflasche gekauft, vom Daniel. Und habe gesagt, ich würde gerne ein Video dazu machen. Also, ich habe 5CL genommen, habe an der Flaschenteilung teilgenommen, gesagt, ich würde gerne ein Video dazu machen, deshalb hätte ich gerne das Altglas, das war kein Problem. Deswegen kann ich heute euch was dazu erzählen. So. Wie das üblich in Japan ist, Schraubverschluss. Ich werde mich nie dran gewöhnen, vermute ich. So. Ähm, ist er gefärbt, ist er kühl gefiltert? Das weiß ich gar nicht. Es steht nichts drauf. Was ich cool finde, ist, dass das Etikett hier so um die Ecke geklebt ist und dass der Whisky, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich versuche das mal, das ist so ein bisschen die Flaschenform von einem Diamanten. Können wir das sehen? Ich hoffe. Ähm, macht optisch, macht das schon was her. Das Blau soll so ein bisschen an das Blau der Ozeane erinnern, ähm, welches unsere Kontinente miteinander verbindet. Und das ist ja schon eine spannende Kombination, also so, allein schon Single Malt und Bourbon so in einen Topf zu schmeißen. Und ich behaupte mal, die haben hier auch nicht ihre schlechtesten Fässer benutzt. Er hat eine ganz minimale, dezente Rauchigkeit. Gleichzeitig kommen aber diese Bourbon-Noten leicht durch. Diese Vanille-Karamell-Töne, ein bisschen diese Holzigkeit, ein bisschen Eiche. Er wirkt ein bisschen spritzig in der Nase, also er hat irgendwie auch was Zitroniges, wie wenn man wirklich so eine Zitrone in Hälfte schneidet und die eine Hälfte dann irgendwie auspresst oder sowas. In Kombination mit dieser leichten Holzigkeit. Die Vanille bleibt. Das Karamell bleibt. Leichter Rauch. Ich möchte den einmal auf der Handfläche auf der Handfläche ist deutlicher Rauch da, da findet man ihn schneller. Sehr schöne Rauchnote. Typisch Er hat noch so einen ganz leichten Touch von so einer unreifen Ananas. Und vielleicht so ein bisschen Physalis noch. Ja, Nase ist schon mal ganz schön. Zum Wohl. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der zieht herrliche Lecks. Der ist richtig schön ölig. Das bestätigt sich sofort im Geschmack. Der ist total angenehm. Der ist richtig schön ölig. Schönes Mundgefühl. Schöne Textur. Dazu dieses Müh an Rauchigkeit. Gepaart mit ein bisschen Eiche, ein bisschen Tannine. Ja, ganz leichten Pfeffernote. Und gleichzeitig aber diesem typisch japanischen Charakter. Dieses weiche, harmonische, ausgeglichene. Lecker. Ja, die Nase lässt ein bisschen nach. Da kommt nicht mehr so viel. Ist also jetzt nicht sonderlich ausdrucksstark in der Nase. Vor allem nicht, nachdem man den ersten Schluck genommen hat. Also dieses Spielen mit der leichten Rauchzeuge. Rauchigkeit. Das ist wirklich schön. In Kombination mit der Würzigkeit, mit den Tanninen. Ich habe aber zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, dass da eine leichte Jugend vorhanden ist. Dass hier so ein bisschen dieses Spritzige, dieses Ja, da ist was Jugendliches dabei. Da ist was vielleicht ein Ticken Metallisches sogar dabei. Das stört ein bisschen. Aber ansonsten hat er schon vieles Gutes. Also auch vieles von dem, was man erwarten würde. Dass man sagt so, ja leichte Rauchnoten vom Atem, schöne Süße von Glengiri. Dieses schön harmonische von ähm von den japanischen Whiskys. Ein bisschen diese Eiche von dem Bourbon. Aber ich finde, er könnte das alles noch ein bisschen deutlicher und ein bisschen provokanter nach vorne bringen. Vielleicht fehlen ihm auch einfach drei, vier Prozent. Ja, ist total spannend. Also dieses dieses wirklich leicht rauchige in Kombination mit dieser Ölichkeit, mit dieser Samtheit, mit diesem ähm sehr angenehmen Mundgefühl und diesem ja weichen, runden Geschmacksprofil. Und dazu dann aber die Würze und die ähm leichten Pfeffernoten, die so im krassen Gegensatz dazu stehen. Und die Tannine machen den Whisky rund, aber gleichzeitig wieder unrund. Also eine ganz spannende Fassreifung. Lecker. Nichts für jeden Tag, aber lecker. Aber was mich bei diesem Whisky total abschreckt, ist der Preis. das ist ein Blend aus, dann haben wir gesagt, zwei, vier, sechs, sieben Brennereien, meine ich. Die werden zwar bestimmt nicht ihr schlechtestes Zeug da reingepuncht haben, aber wahrscheinlich auch nicht ihr bestes Zeug da reingepuncht haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch der ein oder andere sehr junge Whisky dabei gewesen ist. Der Whisky hat ja nun mal auch keine Altersangabe. Und das merkt man. es gibt immer wieder Menschen, die extreme Vorurteile gegenüber Blends haben. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil Blenden eine sehr hohe Kunst ist und es durchaus wirklich, wirklich gute Blends gibt. Und der bestätigt das in vielen, vielen Punkten, weil da ist vieles von dem drin, was ich von dem Whisky ursprünglich erwartet habe. In dieser Kombination aus sieben Brennereien aus allen Herren Ländern der Welt. und würde mir einfach wünschen, dass das noch deutlich herauskommt, dass da noch mehr hervorkommt, was steckt da drin und wie beeinflusst ist das Ganze. Und dazu vielleicht noch ein paar mehr Prozent Alkohol. Die 43 Prozent sind ein bisschen dürftig. Wenn ich dann den Preis im Hinterkopf behalte, 98,90 Euro, also fast 100 Euro die Flasche, Boah, ne. Also viel, viel, viel zu teuer. Ja, ich weiß, Hakushu und speziell Yamazaki sind alles andere als günstig. Glengiri auch jetzt nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz, der Preis ist absolut überzogen und rechtfertigt in keiner Weise den Geschmack. Für mich wäre das, glaube ich, tendenziell so ein 40 bis 50 Euro Whisky. Aber keine 100 Euro. Ja, das ist wirklich ein bisschen schade. Ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das Ganze echt gut. Die Aufmachung ist schön, die Flasche ist schön gemacht, das Konzept ist interessant, gibt eine spannende Geschichte zu dem Whisky und ja, ärgerlich, dass man sich das damit so ein bisschen kaputt macht. Naja, habt ihr ihn probiert? Wenn ja, haut mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Was sagt ihr zu dieser Zusammensetzung aus diesen sieben Brennereien? Was sagt ihr grundsätzlich zum Geschmack und der Harmonie der verschiedenen Whisky-Bereiche? Und klar, was sagt ihr zum PLV? Ja, denke ich, kenne ich von allen die Antwort. Nichtsdestotrotz würde mich mal eure Meinung interessieren. Ich freue mich, dass ich ihn probieren durfte und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Haut gerne auf den Like-Button, den Abonnieren-Button, wenn ihr in Zukunft wieder dabei sein möchtet und sehen möchtet, was ich hier noch alles Spannendes auf dem Kanal verkoste. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.